So, weiter geht's hier bei Minecraft, aber wir spielen nicht Minecraft, sondern wir labern eigentlich nur Scheiße und laufen unten durch die Mine. Und das letzte Mal haben wir ja gesehen, oder gehört, der Chutes ist was am Bauen, der baut seine Wohnung. Und mal gucken wie weiter er jetzt mittlerweile gekommen ist. So, ich hab schon mal so leicht rüber geschwenkt, aber viel hat man noch nicht gesehen. So, das hier ist hier das kleine Häuschen. Ja, guck mal. Was ist denn das? Also das hier ist mein Zimmer, die Tür steht spangelnweit auf. Man kann die Tür auch zumachen, wenn man drin war. Wir heizen Frankfurt nicht mit. Ja, das hast du bis jetzt gemacht. Ja. Ja gut, das ist halt natürlich auch total ätzend, das sowas zu bauen. Ja, ich wollte hier eigentlich so eine Treppe nach unten, weißt du? Aha. Dass die Spinnen und alles reingelaufen. Ne, ne, dass man auch mal ein bisschen, nicht nur eine Ebene hat, sondern zwei. Ja, ja. Drei sogar. Okay, okay. Und, äh, ja, was brauchst du denn noch? Ich hab alles. Hast du alles? Ja. Ups, ich bin runtergefallen. Passiert hier leicht. Ey. Haufen, ey. Komm, geh nicht rein. Oh nein, oh nein. Ich werf ein Ei, ich werf ein Ei. Ah, verdammt. Vorbei. Ich hab's Ei vorbeigeworfen. Lassen Sie auf damit. Ja. Pflege. Boah, ich bewerf dich mit Dreck, ich bewerf dich mit Dreck. Ist es aus? Ja, ja, macht Typen. Uh, jetzt kommt's, jetzt kommt der Dreck, jetzt kommt der Dreck. Stirb in Dreck. Ich bin doch noch gar nicht mehr da, aber was willst du denn? Ja, aber du wirst halt durchlaufen müssen. Achso. Ja, irgendwie ist hier ein Fehler. Hier ist ein Fehler in der Matrix. Was machst du denn? Was ist denn der Fehler? Jetzt wird immer schneller. Schau, 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 bitte. Überputze, Mann in uns, hab, hause, rum, schau, bum. Was machst du denn da? Komm, Schäfchen. Ei, 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 ei. Ja, Tschuls, ich hab sogar die, ich hab sogar die kleinen Fun-Sounds an. Ja? Hat jetzt gut gepasst. Was für Fun-Sounds? Na, gar nichts. Yeah. So. Ja, gut. Jetzt, hallo, ich hab kein Leben mehr. Ohne Scheiß. Ja? Äh, apropos Tschuls, äh, hast du ein Bett? Nee. Okay, ich brauch dir immer ein Bett. Ohnein. Ich hab ein halb Erzen, gell, also wenn ihr mich jetzt schlagt, dann bin ich tot und dann kann ich die ganze Scheiße einsammeln. Ja, Brot hab ich ja. Das ist kein Brot. Das ist Fleisch. Erst wirst du im Fleisch hin und jetzt tötest du ihn. Du bist ein Arschloch. Jawohl. Ich hab, nee, jetzt ohne Scheiß. Jetzt wird meine Stimme auch ein bisschen höher. Merkt ihr das? Ja, jetzt fängst du wieder an, sickig zu werfen, nur weil er dich totgeschlagen hat. Ja, wo, 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 wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin mitten im, hier neben dem Huhn auf einmal, bin ich. Ja, guck mal, da ist eine Straße. Bring das, bring doch das Huhn mit. Straßen, wo ist denn hier eine Straße? Ja, ich komm schon. Warte mal. Warte mal, ne? Wo bist du denn? Wo seid ihr denn? Ja, bleib doch mal stehen da. Du bist ein Haufen. Ich weiß. Von dir will ich gar nichts. Ich will nichts mehr von dir wissen. Was? Du hast mich totgehauen. Du hast mich totgehauen. Ich baue dir ein Bett, du Schwinner. Warte. Wo bist du jetzt hingerannt? Hier ist so ein komisches Holzkonstrukt, was ihr dir nie gezimmert habt anscheinend. Ah, das ist unsere alte Höhle. Unser, unser alt, das war unser erstes Haus. Weißt du, wo wir ja hier in die Welt geworfen wurden, um die Nacht zu überleben. Hä? Das habe ich doch mit Lava angezündet. Ja, ja, da stehen nur noch so ein paar Reste übrig. Er ist auf der Straße in die Falschrichtung gelaufen. Hier ist keine Straße. Weißt du? Ja, jetzt müssen wir... Schulz allein im Wald. Ja, wegen dem Arsch da, ey. Wir finden dich, wir finden dich. Ei, 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 ei. Du, Chris, pisse dich doch nicht ein. Pisse dich doch nicht ein. Komm mal hier. Hey, Patrick sitzt so. Wo denn? Ach, das sind hier, das sind gerade voll die... Voll die... Ach, da ist er doch. Oh, wo läufst du rum? Stopp, stopp, stopp. Schulz, Schulz. Schulz. Weißt du? Das kotzt mich an, ey. Das sind so Spielverderber. Komm mal mit, da unten ist die Straße, du Knackwurst. Ey, du sch... Schnell weg. Ah! Ich bin in den Loch gefallen. Nein, tu das nicht. Schau dich mit dem Brot. Oh, ich werfe ein Ei. Ich werfe ein Ei. Ich habe 200 Herzen jetzt noch. Gut. Ah, Schulz. Ja. Hier ist ein Bett. Wo? Seine Hand. Ja, dann schlafe ich jetzt erst mal. Du kannst nur nachts schlafen. Ja. Ja, wo gehe ich denn jetzt hin, hier? Da. Ja, die Straße entlang. Ja, und jetzt lass mich mal bitte bauen. Ja, du kannst ja auch bauen. Guck, das ist die Straße. Ja, ich weiß, ich sehe es. Ich bin nicht doof oder behindert oder blind. Doch, und du hast es ja nicht gefunden. Jetzt geh. Jetzt hör aus. Sonst fliege ich. Was? Und dann ist der ganze Flow von dem Video weg, wenn ich weg bin, ey. Findest du? Ja, weil ich schaffe das alles aus. Ey, ich habe hier voll die Grafikfehler. Das ist übel. Wo liegt denn mein Zeug jetzt rum? Da, wo du gestorben bist. Ja, aber da ist nichts mehr. Ja, heb doch mal Kram auf, ey. Ja. Das sieht aus. Ja. Wenn hier Leute zu Besuch kommen, die können es gar nicht glauben, ey. Ach, halt's Maul. Was? Ja, der Jules ist voll die Pussy. Ich schau den gleich wieder. Den musst du nur einmal tot hauen, da wird er gleich nervös. Ja. Weißt du, wie oft er mich schon tot gehauen hat? Mir auch egal. Wie machst du hier eine Treppe? Ja, jetzt kommst du wieder angeschissen. Ohne Mist, bitte weg. Ich will hier eine Treppe bauen nach der Tor. Ja, danke, dass du mir hier Weizen hinwirfst. Ja, schön. Du bewirfst wieder Leute mit irgendeinem Zeug, ja? Ja. Warte, das kann ich auch. Du brauchst eine Treppe, Leute. Bitte? Was? Eine Treppe, wie warst du die? Ey, du brauchst eine Werkbank. Ach, musst du das in eine Werkbank? Ja, warte. Ich kann dir doch hier schnell einen hinstellen, du. Ja, hier ist doch eine. Ah, ja, so. Ja, dann musst du dann eine Treppenform mit Brettern machen. Ja, was heißt ja? Du hast mich gefragt. Ja, ich weiß, dass du... Jetzt hör auf! Hör schnell weg. Du musst einfach mal ein bisschen was essen. Mehr, mehr als du Fleischbalken hast. Fleischbalken? Ja, das ist der Fleischbalken. Die Fleischleiste. Und wenn du mehr isst, als du der Fleischleiste hast, dann steigt deine Lebensenergie wieder. Da brauchst du auch nicht rumheulen wie so ein Mädchen. Jetzt werfe ich wieder ein bisschen Weizen. So, kannst du ja Brot machen. Ich glaube, das eine Huhn hier in der Werkstatt, das ist in die Lava gesprungen. Kann gut sein. Selbstmordhühne. Fabrik, Tür zu. Ernsthaft. Das hast du jetzt erst gesehen. Ja. Ich habe das Schild zwar schon gesehen, ich habe es aber nie gelesen. Ich kriege die Tür nicht auf, ich bin so blöd wie der Jules. Ja, machen wir gerne. Nixens niemand. Wo sind denn meine Druckplatten, die ich hatte? Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Scheiß, ey. So. Du musst aber erst die Knöpfe abreißen. Ne, ne, das geht auch so. Zum Glück. So. Lass die Knöpfe doch, wo sie sind. Das sieht doch voll Arschloch aus. Findest du? Was? Jetzt hast du das Hul rauskommen lassen. Ja, lass es doch. Dann springst du übrigens nicht wieder in die Lava. Ah, jetzt springst du jetzt aber die Scheißknöpfe rein. Jetzt springt es nirgends mehr hin. Was baust du denn jetzt wieder? Äh, Eimer, damit ich Lava holen kann. Wo sind eigentlich die ganzen Eimer hin? Wir hatten noch so viele Eimer. Ja, ich bin vorhin gestorben in der Lava. Achso. Deswegen muss ich jetzt neue Lava holen. Baust du unendlich einen Ofen, oder what? Ey, eigentlich wollte ich Jules Zimmer anzünden. Du, mein Freund, machst hier gar nichts. Ey, du hast das Weizen ja gar nicht mitgenommen. Ich? Ja. Damit solltest du dir Brot backen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin drüber gelaufen und kam nichts. Du musst dann einfach so, wie ein längliches Brot, so drei Weizen nebeneinander legen in der Werkbank und dann hast du dein Brot. Äh, in der Werkbank? Ja. Aha. Der weint das gar nicht. Der wirft dich mit Schneebellen. Was? Warte, Bräuche. Vor allem, die kommen aus deinem Mund. Ist dir das klar? Nee, ich seh's schlicht. Ja, ich sass drin hier. Ich film's gerade. Ey, diese Treppen, gell, die zu bauen, das ist ja der größte Horror ever. Nö, das geht. Du musst das... Hast du ne Axt, ja? Ja. Schäbe ich. Äh, du brauchst einfach nur... Warte mal, das ist doch irgendwie, ne? So. Du musst jetzt einfach... Du musst einfach nur was dahinter bauen. Ach so. Ja. Ja, guck mal, wie die aussieht. Ja. Ich seh's schon. Jetzt... Leute. Geht mal bitte weg hier. Ja, ich wollte dir nur helfen, also du kriegst noch nicht mal... Jetzt hat er da wieder Bäume gepflanzt. Oh, du bist so... Du bist so ein Psycho. Aber das bringt mich auf ne gute Idee. Aha. Schwebende Bäume. Puh. Mal hier drüber hüpfen. Bisschen Erde hab ich noch. Und wir haben auch Schößlinge. Äh, Jules, du sollst dein Bett mal irgendwo hinbauen, weil es wird schon wieder dunkel. Ja, mach ich doch gleich. Ja. Wenn du jetzt stellst beim Dan ins Zimmer, oder? Nein. Dann soll er es in den Flur stellen, wenn er schnauscht. Ja. Ja, ja, ich mach das. Ihr stört meine Konzentration, Nachathor. Äh, ich mach doch gar nix. Ich bin voll durchschnullensüß, ey. Nee, dein Nachathor. Ja, das will ich dir auch geraten haben. Sonst komm ich schon in Werf mit Brot. Ja, nee. Fark, was mach ich denn jetzt? Fark. Was das denn? Auf einmal Wasser. Was ist mit dir los? Bist du besoffen? Vielleicht. Vielleicht, ja. Steinschaufel. Ach, deswegen hat auch die... Deswegen hat auch eben die Dings so lange gedauert, äh, die, ähm... Die Stufe abzubauen, weil ich die mit einer Schaufel abgebaut hab. Jetzt wird mir einiges klar. Okay. Boah, Jules, du baust ja voll die Sachen, ne? Ja. Jetzt lacht unter. Warum ärgerst du den denn wieder? Ich mach doch gar nix. Du weißt... Du weißt, der Julian, der hat sie nicht. Nicht alle. Den darfst du nicht ärgern. Hä? Was? Wie, da what? Warum hat er hier denn Treppen davon? Bitte? Hier. Was ist das denn? Mach das scheiß Wasser weg. Äh, hier, äh... Äh, Christoph? Ja, bitte. Der... Du weißt, was... Du weißt, was seine Mama gesagt hat. Er ist special. Das ist seine Spezialität. Du darfst ihn nicht ärgern, wenn er mit seinen Klötzen spielt. Ja, aber du spielst doch die ganze Zeit auch mit den Klötzen. Ja, aber nicht mit seinen Klötzen. So, jetzt hab ich hier voll die schwebenden Bäume gebaut, ey. Jetzt könnt ihr mal machen, was ihr wollt. Äh, wir sollten mal ans Bett gehen. Guck mal auf... Find, findste? Ja, aber wir haben doch jetzt hier alles so hell. Mittlerweile kommen... Join... Äh, joinen. Joinen. Spawnen hier ja gar keine mehr. Ich hab extra Zimmer schön gemacht. Ja. Was ist denn das hier für ein hässlicher Scheiß? Ja, das war der Julian. Achso, ja. Nein! Oh Mann, ich leg mich jetzt trotzdem hier hin. Das ist scheißegal. So, tschüss. Mein Gott. Nächste Folge später. Ciao.